Ein Team von Greenpeace ist derzeit mit ihrem Schiff Beluga 2 am Alten Hafen von Hoogsiel, um über die geplanten Ölbohrungen des Ölkonzerns Deutsche Erdöl AG im Wattenmeer zu informieren und um Unterschriften gegen dieses Vorhaben zu sammeln. Wie berichtet, fährt eine feste Crew gemeinsam mit einer Gruppe von wöchentlich wechselnden Ehrenamtlichen auf der Beluga 2 verschiedene Stationen ab, um über ihr Vorhaben zu informieren und um Unterschriften zu sammeln. Noch an diesem Mittwoch, den 10. August, laden sie von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr in den Alten Hafen in Hoogsiel ein.